es wird einer verfolgungsreichen folge ist es gibt auch wir müssen hier nämlich erstmal die Wachen ich will jetzt hier nicht schon wieder sterben diesen kleinen Siphonikus zu bekommen der hier immer hin und her wird wo ist er da kommt doch her du bist echt nervig habe ich ihn jetzt so jetzt aber so was ist das mit dem kleinen hier so den soll ich jetzt auch eliminieren da habe ich doch nicht so rum hallo das armselige ende einer armseligen existenz tot bestätigt davon erzählen wenn ich sie wieder sehe erst abgeschlossen sehr gut okay ja dann haben wir das auf jeden fall geschafft denn gehen wir trotzdem nochmal hier hin und zwar mit einer schnellreise shopp die wops hier hin denn ich wollte die beiden außenposten da noch machen auf dieser insel dass wir die schnellreise da freigeschaltet bekommen und dann reisen wir nach alexandria jetzt haben wir alexandria zwar schon gesehen aber naja ist denn ebenso gut wir sind gleich hier und wir wollen jetzt nach da noch mal gehen ja ich wusste nicht dass diese neben das so nicht so weit ausschweift dass wir direkt in alexandria landen egal wir schnappen uns jetzt das boot so und auf geht's sollen wir jetzt zum kriegsboot oder wie sollen wir jetzt zum kriegsboot oder wie sollen wir wohl auf das kriegsboot ja wir sollen auf das kriegsboot warte mal ja kann ich hier hinten rauf ja geht auch da hin ja und ne noch mal ja ja oder doch frei ist er hier hier wir uns hier noch ja was ich kenne online Wieso brenne ich denn? Wieso? Hatte der einen Brandpfeil oder wie? Das habe ich gerade nicht verstanden. What the fuck? What the fuck ey. Wie ging das denn gerade? Das war unlogisch gerade. Und noch mal das ganze. So wohin? Wieso bin ich denn jetzt hier auch doch? Egal. Machen wir es nochmal. Jetzt ist es ungefähr wie es geht. Wieso brand ich denn? Das habe ich nicht verstanden. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Was ist das? weg davon diesen brennenden dingern kein was wieder das grillhähnchen zu spielen wo versteckst du dich? hier ist doch noch einer was hat mir das jetzt hier gebracht kann ich das Schiff irgendwie übernehmen oder? ja noch nicht mal das kann ich noch nicht mal das kann ich was haben wir denn hier oben auch nix okay dann mitgeben wir uns hier noch mal ein bisschen an ach so die Funktion ist bereits voll kann ich denn hier? na ich kann sogar ich kann sogar Pfeile anzünden das find ich cool das find ich cool mh brennt nicht okay bedienen wir uns hier trotzdem noch mal so und dann geht es jetzt noch hier Kumpel kann ich dein Boot haben? oder deins das wäre sehr nett das wäre sehr sehr nett ok du willst du baden gehen? du willst baden gehen? ok wie ich kann das Boot nicht? doch es geht okay und geht super ja ich kann das nicht ich kann das nicht wait warte mal da ist ein Koko gewesen wir gehen jetzt erstmal hier hin und nimm das Boot ein anzünden brennt der Wichser hoffentlich oder so schaffen wir das jetzt zack kommt Schuss noch ein und der ist weg ich muss auf Schiff ich muss auf Schiff absteigen auf Schiff auf Schiff auf Schiff und dann schnappst du ihn hier und zack 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 sehe ich jetzt sogar noch ein Löwenfell noch ein Löwenfell und dann würde ich den Löwen den Löwen auf jeden Fall erledigen den Löwenfell holen wir uns das Fell will ich haben und wer schießt jetzt hier auf uns er hier ok habe ich ihn getroffen ja leicht auch keine Munition bedienen wir uns ja einfach da musst du einen Headshot geben ja äh so wieso tut der sich da unten weg wenn ich ihn treffen will so jetzt egal es wird extrem bedient uns hier nochmal bei der Muni na kennen wir nicht ok gut was ist mit ihm hier hat der uns schon gesehen ah hier ist noch ein Koko hier ist kein Koko aber er hier will Erber er ist tot und dessen Boot schnappen wir uns ey warte 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 auf mich warte auf mich ich hab dir das Leben gerettet ja es wird egal danke Kumpel so und wir gehen jetzt noch da genug gespielt widmen wir uns wieder den Quests das ist cool so eine Seeschlacht oder auf Wasser zu kämpfen das finde ich cool cool gemacht cooles Element auf jeden Fall so absteigen klettern so 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 wir müssen wir rauf da auf diesen Turm ok da kommen wir da nicht rauf oder wie da kommen wir nicht rauf das gibt's doch nicht doch hier aber und dann müssen wir wahrscheinlich springen oder okay alles klar alles klar um aber wir sind hier noch nicht ganz durch wir müssen nämlich nur die geschaffen der liegt da gibt es auch nur die fest alles klar ein Ort des Todes das untersuche ich erfolgreicher stufe siebzehn okay das können wir also noch nicht machen und hier wird sie Schatz geben okay kann man scheinbar nicht mitnehmen da wobei geht es vielleicht hier rein so so der dritte auch nicht okay gut ist nun gut den haben mit dem Fertigkeitspunkt auch wieder und die die auf jeden Fall und zwar für die Idee hier aufrüsten können wir auch noch was können auf das hier ist die Tasche die maximale Menge an Hilfsmittel da fehlt uns immer noch ein Koko und Holz und Tiger geht es jetzt mit der Quest als nächstes weiter da haben wir auch eine aber die können wir noch nicht machen wir treffen uns mit Eier Brandbomben nutzen ach da ist ein Koko Leute das schnappen wir uns wie schnell das war habt ihr es gesehen? und jetzt können wir wieder was herstellen ausrüsten das gibt uns mehr Gesundheit sehr gut das was hat das 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 erst mal gucken wir was hier drüben ist hier einfach so durch aber es gibt es hier stupe 14 sollen wir das jetzt schon machen hier zappel doch nicht so rum Herbogen ich kann mit uns nicht treffen und okay ganz geschafft wir haben es geschafft ein hartes leder bringt das auch sehr gut fehler reisen ist trotzdem noch alexandria aus das fort hier das ist kaputt danke hippo danke hippo so gibt es hier neues boot wir machen noch eine schnellreise hier können auch noch keine schnellreise hin machen aber wir haben doch hier eine schnellreise freigeschaltet oder nee auch nicht egal den würde ich sagen wenn wir heute die folge die letzte Woche war ja so extrem lange und in der nächsten folge sehen wir uns denn hier in alexandria gehe ich da hin weil das sonst uns nicht so spannend deswegen sehen wir uns in der nächsten folge und ich bedanke mich für das zusehen wie gesagt diese folge ist heute wobei da ist ja ein Boot machen wir das jetzt wieder nicht na gut wir machen es wir machen es für euch da draußen und haben wir den vielleicht hier noch irgendwie die hier können wir noch mitnehmen auf dem Weg nehmen wir die noch mit und dann wenn wir in alexandria angekommen sind ist die folge dann trotzdem vorbei wie gesagt die letzte war sehr lange mach ich eigentlich ungerne was ist hier passiert ok weil nicht aufsitzen mann und tauchen ab in die rote Suppe ok 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 der andere Schatz hier oder wie Qualitätsschild sehr gut okay und tauchen wir wieder auf das hat sich doch gelohnt wo ist unser Boot und direkt ein Schild bekommen was besser ist als das was wir jetzt haben und hier hat sich doch gelohnt wie gesagt aufsitzen und auf nach alexandria ohne umgehen jetzt die Seefahrt ist halt ziemlich langweilig so Treffeier in der Bibliothek das machen wir das machen wir so aus dem Weg schießt doch nicht auf mich wenn du wegstattest kann ich auch nichts dafür warte mal warte mal warte mal so gut wir sind jetzt in alexandria angekommen und mit Aya reden wir aber in der nächsten Folge ich bedanke mich für's zusehen bis zum nächsten Mal